Marc Seid, ich bin's, euer Tigger und heute möchte ich euch mal die Chance geben, auch vor die Kamera zu kommen. Ich meine, wenn ihr eine Band seid oder ein Mittelalterveranstalter oder ein Festivalveranstalter oder ein Konzertveranstalter oder sowas in der Art, dann gebt mir einfach Bescheid, wenn ihr Bock habt auf ein kleines Interview. Ich habe schon einige Interviews gegeben, die könnt ihr euch jetzt mal hier oben noch klack da angucken. Ja, und wenn ihr auch Veranstaltungen macht oder so, habe ich ja auch schon auf ein paar gefilmt, die ihr auch mal da angucken könnt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch was Gutes tun kann und für euch da ein bisschen was filmen kann. Ich finde es auch gut für mich, weil es macht mir Spaß, ich komme da ein bisschen rum, ich habe ein bisschen was zu tun, ich lerne neue Leute kennen, euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Ja, wenn ihr Bock habt, ich komme mit meinen Kameras vorbei, mache ein paar Interviews, nehme die Konzerte auf, gehe auf die Mittelaltermärkte für euch, nehme ein paar Videos auf, hole mir da ein paar Stimmen rein, alles für euch, wenn ihr wollt. Hier für meinen Kanal, finde ich cool, wenn ihr das machen wolltet. Ja, dann meldet euch bei mir, könnt mir hier schreiben oder bei Facebook, alles da unten verlinkt nochmal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das macht. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein.